Hallo, ich bin's, der Philipp. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein MMO, beziehungsweise, wenn ich das so richtig lese, eine MMO-FPS-Geschichte. Ein Sophisticated MMO, Project Genom, von einem russischen Entwickler. Ich weiß noch nicht viel drüber, aber heute hat der Steam Early Access begonnen. Hier steht, das kommt noch 2016 raus, weiß ich nicht. Das Interessante an diesem MMO ist, dass es kein wirkliches Ziel hat. Ihr kennt es ja bei zum Beispiel World of Warcraft oder anderen MMOs, dass ihr das Endgame, also ihr erreicht den höchsten Level, dann erreicht ihr das Endgame und das Endgame ist da, wo es anfängt, wirklich spannend zu werden. Das soll bei diesem Spiel gar nicht so sein. Ich will auch gar nicht groß was zu erzählen, ich will nur sagen, wenn wir Bugs in diesem Gameplay Video haben, dann liegt es einfach daran, dass es Early Access ist, es ist noch keine fertige Version, wird wahrscheinlich noch ganz gut poliert und polished, wie das so schön heißt. Wichtig ist aber, ich habe schon immer mal wieder Bock gehabt, auf einem MMO, was anders ist und das scheint es auf jeden Fall zu sein, ist heute im Steam Early Access für 14,99 rausgekommen und wir schauen jetzt einfach mal rein, ob es sich lohnt, das sagen wir dann. Beziehungsweise, ich sage es euch. Grafisch. Grafisch ist das jetzt noch nicht so weit. Ich kann hier jetzt auch nichts vorstellen. Ich kann mal gucken, ob ich da die Grafikoption noch umstellen kann. Also, hier steht zwar, dass die Digitalisierung doch nicht, weil die Entwicklung ist richtig, gar nichts zu tun. Also, es ist so safe. Guck mal. So. Gut. Dann findet er gesagt. Er sieht mir gar nicht so gut aus. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ladezeiten bei MMOs. Das ist also Open World. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Uh, grafisch ist das ja interessant. Ich kann hier nichts an der Mission ändern, oder was? Okay, das ist riesig. Oh. Interactive. What is this shrimp? This kind of creatures doesn't ring any bells with me. The veins must be glowing after it. Komische Stimme. So. Some documents. Just some medicines. Hammer. So. 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 Oh. 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 A stoff. Oh. 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 Ich habe einen Schwerpunkt. Ich meine, es ist ein Schwerpunkt. Einander schläft. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Ah, das ist das. Okay, das ist das Schmarrn. You got unlucky buddy. Eh, not a merciful death. Dammit, what are you doing inside? Listen carefully. I don't know if you've heard, but the emergency conservation protocol is on. I can see you on the monitor. I'll help you get out of there. God, it's freezing. Looks like some batteries. Great, so you've found the laser cutter. I think you'll be able to open the door with it. I don't know if I can do it. I don't know if I can do it. There's some liquid in these barrels. Something stinky. Hier ist keine Kiefer, ich habe das die Laser Cut. Ich fühle mich sehr schön. Was ist hier passiert? Oh, okay. This isn't what I imagined my awakening would be like. Where is everybody? Was haben wir denn hier noch? Lass mal die Karte an. Ach nee alter Stoß. To the right! There's a group of live objects ahead of you. You must be on the right track. Come on, move! What the fuck? What the fuck is this shit? Disgusting! What could have disfigured him so much? Wait! What? Well, I'll be damned. These stickers? What the hell are they doing here? What is this smelly goo? I'm all covered in it. Shit, it's empty. What is this smelly? Defibrillator? Do they reanimate people like me here? Yes, I do. What the hell is this smelly? What the hell is this smelly? I'm gonna move on to the freight elevator. What the hell is this smelly? I'm not going to touch these barrels anymore. Oh my god, how many corpses are here? Raider Jacket, not bad. The door is blocked. Injector, you could heal yourself with that. It seems like someone survived. I'm not that cold to jump right into the fire. There is smoke. We can't go here. We can't go here. We can't go here. Hmm, it seems familiar. Is this the Bible? Here? I have enough money. No. You have this fucking shot. Hey. Take a blood test. You won't need it anymore. As I thought, no one. People are so nice here. I begin to doubt that one can survive such blood loss. Nothing here either. Seems like I'm not getting any close anytime soon. Okay. Okay. Also da war ich verdürben. There's some damage here. I can't even get rid of that. I can't go here. 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 Alter Schwierig, die Artikel ist echt schwierig. The way out's not far away. The console is out. There's an unknown device ahead. Seems to be blocking the door. Try to switch it off. But be careful. Pipes are leaking, just like in my bathroom. Hmm, I think I switched it off. I'm taking the so- I've been running out of there. I've been running out. Great, you didn't get electrocuted. Now try calling the elevator. The elevator control system doesn't seem to be quick. I'll have to find another way. Listen, I think you should be able to squeeze into the vent, but we need to switch off the steam supply system. Use the terminal in the control room. Finally, a way out. It's clear. Get out of there as fast as you can. Flammable materials. Okay. Okay, okay. Mal gucken, wie wir euch hier reinziehen. A walk. Jetzt gucken. Ganz schön Richtung. Wow. I'm afraid I won't be allowed to use it. Die Stimme von dem Typen ist ganz furchtbar. Soll ich versuchen meinen Lift zu nehmen? Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin muss? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Cryory. Schock. The Gashbar. Oh, komm. Das passiert hier nicht für die was. Mal gucken, wie ich hinhalten muss. The Navis and Strange. The Navis and Strange. The Navis and Strange. Level 3. Uh, vai. We crashed level 4. Das sieht aus wie Seagraphen. Ich bin sehr schnell jetzt, um es herauszufinden. Don't get into shit like that anymore. I'll take a couple of minutes. Let's go. Well, I'll go. Wir sehen alle. Was ist das nicht gemacht, aber grafisch, dass man das Unreal Engine schon ein bisschen mehr macht. Information hologram Model Lisa 2. Functions haben eine komplette Avalon-Guide. Status. Off. Arbeit ist in Bewegung. Rekommend Level 4. Echt super. Fertig. Du bist nicht so, dass der Wachstum auf Avalonik ist. Du bist nicht so, dass der Wachstum auf Avalonik ist. Man spricht Russisch. Waffe! Die Neid, da stehe ich unter anderem. Ich brauche ja schon ein paar Pfeisse. Die Neid sind, und Applikum. Achtung. Machen Sie mir, das ist natürlich schön. Die Neid zu füllen, bei einer der Wachstum. Okay, alles klar. So, jetzt probiere ich schon mal das. Carry out. So, jetzt probiere ich noch hin. 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 Nichts, ich kann nichts mehr. I'm not going to touch it. Something inside it is making weird noises. Beautiful. Es ist doch eine gute Zeit, denn ich möchte gerne eine Mission haben, die sich lohnt. Ich glaube, wir haben einen Goner. Hm, es ist vielleicht gut. Schöne, aber gut für eine Gesundheit. A special injector with energy substance that immediately restores a part of your health points. Caution is advised when using it, since it has not yet been licensed, and the list of side effects is not complete. The Administration strongly recommends undergoing frequent medical checks to the Raiders who use the substance all the time. You need a pass to go through. It looks like all the same, but there is no customization, but the worst thing is, I don't know how many of them are in the best place. Here I am. Here I am. Untertitelung des ZDF, 2020 We are looking for an energetic, motivated and brave adventurer, go to the bar for more details. To the two checks. Someone has left their head here. We are looking for an energetic, motivated and brave adventurer, go to the bar. Last spotted turtle. Reward guaranteed. Contact Marie. Stop messing about, I see right through you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020